Es wird Zeit, dass die Männer wieder richtig Freude beim Essen haben. Also beim Wurst essen kriege ich ein Gewutscher. Das ist eine neue Droge, die ich auf den Markt bringen wollte. Eine Sexdroge aus Bangladesch. Extrem hart. Ich bin ein Arbeitsamt der Abteilungsleiter. Ich möchte, dass du ein Bewerbungstraining absolvierst. Dein Vater weiß auch Bescheid. Enttäusch ihn nicht. Für so ein kleines Päckchen, ich krieg großes Koffer Geld, oder was? Nicht du. Ich. 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 Ich.